Die 64 sehen wir nun, ebenfalls vom Kornetobolensky, diesmal aus der Kartika FZ, vom Canturano Accordetto 1 und Karneval. In Italien ist dieser Hengst geboren bei Franca Zanetti und wird ausgestellt vom landwirtschaftlichen Betrieb Joachim Scherer in Neunkirchen-Seelscheid. 1,69 Meter das Stockmaß dieses Hengstes, geboren im März 2018. 1,69 Meter das Maß. 1,69 Meter das Maß. Die 64 war das vom Cornetto Bolensky, Canturano und Accudetto 1.